Quirkel Cubes Mit dem Spielaufbau an Als erstes nehmt ihr den Würfelbeutel und füllt ihn mit allen Würfeln Diese Würfel mischt ihr daraufhin gut in dem Beutel durch und lasst dann jeden Spieler 6 Würfel ziehen In den Beutel schauen gibt es dabei natürlich nicht Nachdem jeder Spieler so 6 Würfel gezogen hat würfelt er diese und legt sie vor sich bereit Das ist auch schon die erste spielentscheidende Neuerung da ihr jetzt immer sehen könnt welche Möglichkeiten eure Gegenspieler haben Tja und dann ermittelt ihr schon wer Startspieler wird und das macht ihr auf gewohnte Art und Weise indem ihr eben bei allen Mitspielern prüft wer die meisten Steine einer Farbe mit unterschiedlichen Symbolen hat oder aber eben wer die meisten Steine eines Symbols aber mit unterschiedlicher Farbe hat und dieser Spieler legt diese Steine dann in die Auslage und bekommt dann für jeden Stein den er so hier hingelegt hat bereits einen Punkt Ich habe die Auslage jetzt schon um ein paar Steine ergänzt um euch gleich ein paar Beispiele zeigen zu können Dann kann es auch schon losgehen Ziel des Spiels ist es eure Würfel clever an die einzelnen Reihen anzulegen um so möglichst viele Punkte zu machen und dazu sind die Spieler abwechselnd am Zug und dürfen immer beliebig viele ihrer Würfel an eine Reihe anlegen Ganz wichtig ist wirklich dabei dass ihr die Würfel immer nur an eine Reihe legen dürft Ich darf also nicht zum Beispiel hier oben einen Würfel anlegen und dann hier in dieser Reihe auch noch einen Würfel Was ich aber darf ist wenn ich mehrere Würfel anlegen möchte kann ich diese auch getrennt voneinander an die Reihe anlegen zum Beispiel so Dabei muss ich allerdings darauf achten dass nach meinem Anlegen in dieser Reihe entweder nur Würfel einer Farbe mit unterschiedlichen Symbolen oder eben Würfel mit gleichen Symbolen aber unterschiedlicher Farbe liegen Diesen Würfel dürfte der Spieler also nicht hier anlegen da dann in dieser Reihe zweimal dasselbe Symbol vorkommt Auch wenn ich dabei immer nur an eine Reihe anlegen darf kann ich durch cleveres Auslegen der Würfel dennoch bewirken, dass ich in einem Zug gleich mehrere Reihen auf einmal vervollständige Dazu ein Beispiel Wenn ich diese drei Würfel auf einmal anlegen möchte kann ich die doch alle hier an diese Reihe anlegen und vervollständige damit aber dann diese Reihe und diese Reihe Nachdem ich meine Würfel angelegt habe bekomme ich dann noch Punkte und zwar genau einen Punkt für jeden Würfel in den Reihen, die ich gerade in meinem Zug vervollständigt habe inklusive der Würfel, die ich selbst angelegt habe In diesem Beispiel bekomme ich also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte Wie schon bei Quirkel gibt es auch bei Quirkel Cubes sechs unterschiedliche Farben und sechs unterschiedliche Symbole Das heißt also, eine Reihe kann maximal aus sechs Würfeln bestehen Gelingt es mir, so eine Reihe mit dem oder den letzten Würfeln zu vervollständigen dann ist das ein Quirkel und dafür bekomme ich 12 Punkte Der Clou bei Quirkel Cubes ist nicht nur dass ihr jetzt sehen könnt welche Möglichkeiten eure Mitspieler haben, wenn sie an der Reihe sind sondern dass ihr zu Beginn eures Zuges auch immer einmal beliebig viele eure Würfel neu würfeln dürft Da jeder Würfel alle Symbole einer Farbe besitzt habt ihr so die Chance eure Anlegemöglichkeiten zu optimieren Besitzt ihr zum Beispiel zwei Würfel mit gleichem Symbol und gleicher Farbe bietet sich doch an einen dieser Würfel neu zu würfeln und so vielleicht ganz neue Anlegemöglichkeiten zu bekommen Am Ende eures Zuges zieht ihr übrigens dann so lange Würfel nach bis ihr wieder sechs Würfel vor euch liegen habt Die so neu gezogenen Würfel würfelt ihr dann auch gleich damit ihr sie nicht einfach auf ein bestimmtes Symbol hintreht Tja und so spielt ihr Runde für Runde bis der Würfelbeutel komplett leer ist und ein Spieler dann seinen letzten Cube anlegt Dieser Spieler bekommt dann übrigens noch sechs Extrapunkte und dann rechnet ihr einfach alle notierten Punkte der Spieler zusammen und wer so die meisten Punkte gesammelt hat der hat gewonnen Ihr seht auch bei Quirkel Cubes wird euch der Einstieg nicht schwer fallen aber durch das Würfeln kommt neue Spannung auf denn jetzt könnt ihr nicht mehr einfach bestimmte Symbole auf der Hand behalten um aus einer Reihe einen Quirkel zu machen da die Mitspieler sich einfach auch die Symbole jetzt erwürfen können also ein neuer Kick für das knifflige und erfolgreiche Spiel viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal Euer Pion Euer Pion